Um diese Erde geht es, konkret um diese 10 Hektar direkt angeschlossen am bestehenden Gewerbegebiet zwischen der A5 und der Hochgeschwindigkeitstrasse der Bahn. In den Augen von Agrarwissenschaftler Dr. Arnulf Tröscher dennoch kostbarer Boden. Das Regenwasser, das runterfällt, kann nur in Gegenden wie hier in der oberrheinischen Ebene ins Grundwasser gelangen, nicht am Hang. Am Hang geht das Wasser sofort in die Bäche und ab ins Meer. Also haben wir hier einen großen Filter für Grundwasser und wir haben es gerechnet, wenn wir diese 10 Hektar überbauen mit 6 Hektar versiegelter Fläche, dann verlieren wir den Grundwasser für 1000 Einwohner. Das Land gehört einem Biobauern, der das Grundstück an die Gemeinde verkauft. Hirschbergs Bürgermeister Ralf Genz hier zieht das als Chance, auch aus ökologischer Sicht. Ich bin kein Fachmann, ich bin kein Bodengutachter, aber es haben sich ja schon Biologen und auch Landwirte zu Wort gemeldet, die diesen Boden beurteilen können. Ich kann es nicht. Und da ging eigentlich schon daraus hervor, dass die Biodiversität, wenn man gezielt zum Beispiel Maßnahmen ergreift, bei Gebäudetypisierung, Dachbegrünung, Dachflächenbegrünung, PV-Anlagen, Versickerungsflächen, wie es auch angedacht ist, wenn man die gezielt aufbaut, dass es dann unter Umständen auch deutlich besser sein kann, vielleicht sogar als es jetzt ist. Die Anfragen, die die Gemeinde Hirschberg nahezu wöchentlich erreichen, übersteigen den Angaben nach sogar die zur Debatte stehenden 10 Hektar. Eine Studie des Verbands Region Rhein-Neckar ergab allgemein ein enormes Flächendefizit in der ganzen Region. In diesem Gutachten ist von einem Defizit bis 2035 von 490 Hektar die Rede. Und da sind die 10 Hektar, die jetzt in Hirschberg ausgewiesen werden sollen, sind schon komplett eingepreist. Also das heißt, damit wird das Defizit überhaupt nicht abgebaut. Und das ist wirklich wichtig. Wir haben viele Firmen, die suchen händeringend nach Flächen und das wird eben immer schwieriger. Der Gemeinderat hat zudem eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über die Erweiterung in Hirschberg in Auftrag gegeben. Mit positivem Ergebnis. Es wurden drei Szenarien mit unterschiedlichem Branchenmix analysiert. Im besten Falle der errechnete Mehrwert auf der Basis der geprüften Szenarien wäre, dass der Gemeindehaushalt mit rund 270.000 Euro jährlich rechnen könnte und wir dadurch auch von maximal 550 neuen Arbeitsplätzen ausgehen können. Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird von der Bürgerinitiative allerdings angezweifelt. Die Betriebe, die da rein wollen, stammen aus dem bisherigen Gewerbegebiet. Die wollen erweitern und vielleicht neu bauen. Die bringen keine neuen Arbeitsplätze oder nur kaum welche, denn die sind ja schon bereits da. Andere Betriebe, von denen wir wissen, dass sie von außen kommen, da kann es sehr gut sein, dass die nur umziehen von einem Gewerbegebiet in ein anderes. Das bringt auch keine neuen Arbeitsplätze, das verlagert nur Arbeitsplätze. Zudem fehlen laut Bürgerinitiative in der Analyse wichtige Aspekte wie die Verkehrswende, zunehmende Nutzung von Homeoffice und auch die Konsequenzen der Pandemie seien nicht mit einbezogen. Zudem wird das Plus an Gewerbesteuern nicht als Lösung der finanziellen Probleme der Gemeinde angesehen. Hirschberg hat im Moment die meisten Einwohner seit je, hat die größten Gewerbeflächen. Trotzdem ist die Pro-Kopf-Verschuldung in den letzten 15 Jahren von 8 Euro auf knapp oder etwas über 900 Euro angestiegen. Man sollte aus meiner Sicht auf keinen Fall die Probleme mit den gleichen Maßnahmen lösen, die zu den Problemen geführt haben. Eine verlässliche, stetige Einnahme hilft dem Gemeindehaushalt immer. Das ist Fakt. Natürlich gibt es Schwankungen, gerade bei der Gewerbesteuer, das muss man deutlich sagen. Wir haben das in den letzten ein, zwei Jahren auch schmerzlich erleben müssen, sodass es umso mehr und umso wichtiger ist, dass wir breiter aufgestellt sind. Und je mehr die Last bzw. auch der Ertrag verteilt ist, desto sicherer ist die Planungsbasis. Ja auf dem Stimmzettel heißt in dem Fall Nein für das Gewerbegebiet. Nein steht für die Erweiterung. Mit ihrem Kreuz werden die Hirschberger am 14. März entscheiden.